Mit den drei neuen Modellen Liner 1600, 1600 Twin und 1700 erweitert Glas sein Produktangebot im Bereich der Seitenschwader. Der Liner 1600 bzw. 1600 Twin ist mit einem Kreiseldurchmesser von 2,90 m und 11 Zinkenarmen der Nachfolger vom bekannten Liner 1250. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde das Hauptfahrwerk nach hinten verlegt. Der Liner 1700 hat einen Kreiseldurchmesser von 3,20 m und 12 Zinkenarme. Die hohe Rahmenhöhe und die außenliegenden Klappzylinder ermöglichen Aushubhöhen von mehr als 50 cm. Das Hauptfahrwerk bei beiden Maschinen ist mit einer großvolumigen Bereifung ausgestattet und aktiv gelenkt. Der außenliegende Antriebstrang und die neuen, robusten Verteilergetriebe leiten die Kraft gleichmäßig und einfach vom Traktor zu den beiden Kreiseln. Die Gelenkwellen sind mit 250 Stunden Schmierintervall sehr wartungsarm und die beiden Kreisel sind mit einer Lockenschallkupplung jeweils vor Überlast gesichert. Das Herzstück der neuen Schwader ist die innovative gezogene Kardanik. Im vorderen Bereich ist diese mit einem Kugelkopf gelagert und kann sich so mit maximalen Freiheitsgraden in alle Richtungen bewegen. Der Kreisel kann sich dadurch dreidimensional dem Boden anpassen. Die Schwadlocken der Liner-Modelle sind komplett wartungsfrei und hermetisch geschlossen. Die Steuerrollen laufen in einem Ölbad und sind dauergeschmiert. Der Liner 1700 hat die bewährte Profix Zinkenanbindung mit einer Bügelsicherung und einer 20-teiligen Vielverzahnung. Beide Modelle sind mit einer Sollbiegestelle ausgestattet. Im Fall einer Kollision verbiegt der Zinkenarm an einer definierten Stelle und schützt die Glocke vor Schäden. Die bewährten Glaszinken mit 9,5 mm Stärke sind an zwei Stellen abgewinkelt. Diese besondere Form ermöglicht eine optimale Futteraufnahme, sauberes Rechen und geringsten Schmutzeintrag. Durch die nach hinten geneigte Position können auch große Futtermassen bei hohen Geschwindigkeiten sauber aufgenommen werden. Die Vierrad-Kreiselfahrwerke sind mit einer großvolumigen Bereifung ausgestattet und sehr nah am Flugreis der Zinken positioniert. Dadurch wird der Kreisel problemlos durch Bodenunebenheiten geführt und kann sich optimal den Konturen anpassen. Bis auf die beiden hinteren Räder des hinteren Kreisels sind alle Räder der Kreiselfahrwerke frei beweglich, sodass es bei Kurvenfahrten zu keiner Beschädigung der Grasnarbe kommt. Zur Schwadformung kann das Schwadtuch beim Liner 1600 und 1600 Twin manuell oder auch optional hydraulisch verstellt werden. Beim Liner 1700 klappt das Schwadtuch in Transportstellung automatisch über ein Parallelogramm ein. Auch bei diesem Modell gibt es auf Wunsch eine hydraulische Variante. Für die Transportklappung benötigt man nur ein einfach wirkendes Steuergerät. So werden die Maschinen ohne Abnehmen von Zinkenarm in kürzester Zeit unter 4 Meter Transporthöhe geklappt und können sicher und komfortabel auf der Straße umgesetzt werden. Die neuen Seitenschwader von Glas garantieren ein optimales Arbeitsergebnis und steigern die Grundfutterleistung.